hallo zusammen ich habe heute geht es um die anleitung anschließend von dieser notstromversorgung und zwar der lieferumfang ist diese box in der regel kommt sie geladen und dieses anschlusskabel wie gehe ich vor ich habe zum beispiel mein verbraucher ob das ein kühlschrank ist medizin kühlschrank oder sonst irgendwas ich habe hier jetzt nur eine lampe um das zu optisch vereinbar ich stecke diese lampe hier ein und ihr seht diese lampe brennt ich stecke die wieder aus und ich stecke diese lampe hier ein und sie brennt im ersten fall nicht und mit diesem kabel da stecke ich hier hinten an dieser box ein netzeingang und steckt hier an eine steckdose ein und ich habe hier die netzkontrolle das heißt das teil ist betriebsbereit das ist der anschluss läuft und jetzt muss ich hier einschalten auf und und hier die stromversorgung starten dass der wechselrichter läuft und so lasse ich das ding im betrieb also hier einstecken den verbraucher ausstecken direkt einstecken und hier einschalten und hier einschalten hier muss die spannungskontrolle leuchten und jetzt was ist wenn ich jetzt hier das kabel aussteckt dann habt ihr kurz gesehen da gibt es einen kleinen unterbruch von paar millisekunden und ich habe weiter strom je nach verbraucher hält dieser strom beim standard kühlschrank die größe geht das rund 20 stunden habe ich hier strom für diesen kühlschrank diese 20 stunden sind natürlich temperaturabhängig das ist gerechnet bei 25 grad wenn der kühlschrank zu bleibt nicht bewegt wird und sie ist kühler dann können sie auch locker 30 stunden sein das ist es wenn der stromausfall vorbei ist stecke ich das wieder ein und das gerät wird automatisch wieder geladen für das braucht es aber in diesem zustand mit dem verbraucher dran etwa 200 stunden es gibt die möglichkeit einer schnellladung aber die ist nicht in diesem lieferumfang ich hoffe es sind keine fragen entstanden für die in betriebnahme dieser notstrom versorgung sonst mail habt ihr von mir schreibt es mir oder auch unten in die kommentare die das video zum ersten mal sehen ich wünsche euch einen schönen tag und dann geht es euch mit dem